Die beste KI für Suche und Navigation, die Besucher im Shop bei ihren Absichten unterstützt, egal ob Kauf oder Recherche und immer die relevantesten Ergebnisse liefert. Das kann natürlich ein Persönliches-Ranking sein, aber ebenso auch Filter und Suchvorschläge. Eine schnelle Unterstützung der Besucher im Shop bei ihren Absichten. Bei Produktkauf natürlich direkt das richtige Produkt vorschlagen, sonst, wenn es Errichtung und Recherche gibt, auch mal Hersteller, Marken vorschlagen und eine Übersicht liefern, was es in dem Shop für ein Angebot gibt, wonach man suchen kann. Feature-Tracking, also das Tracking der Merchandising-Features, dient dazu, klar darzustellen, welche Merchandising-Features am besten funktionieren, welche vielleicht schlecht performen, um daraus abzuleiten, wo Pflegeaufwand reingesteckt werden sollte und welche man vielleicht auch abstecken kann und nicht mehr braucht. Einfacher Zugang zu den wichtigsten Einstellungen, transparente Darstellung der wichtigsten KPIs auf einem sexy Dashboard und ganz wichtig, denn ohne Handlungsempfehlung helfen mir auch die besten KPI nichts, ganz klar aufzuzeigen, was bei jeder KPI gemacht werden kann, um die zu verbessern. Wenn ich Ihr Interesse geweckt habe und Sie mehr dazu erfahren wollen, besuchen Sie meine Kolleginnen und Kollegen und mich auf der Internetworld. Wir freuen uns!